Willkommen bei Metallbau Martin, Ihrem Partner für Metall-, Stahl- und Aluminiumbau in Hartha. Dieser zentrale Standort erlaubt es uns für Sie im Raum Chemnitz, Dresden und Leipzig tätig zu werden. Wir verstehen uns als Full-Service-Dienstleister. So stehen wir Ihnen im Hallenbau für einen kompletten Industriebau zur Verfügung. Mittels moderner CAD-Technik fertigen wir für Sie Stahlbau-Konstruktionszeichnungen und planen die statischen Berechnungen. Wir verstehen uns als Full-Service-Dienstleister. So stehen wir Ihnen im Hallenbau für einen kompletten Industriebau zur Verfügung. Mittels moderner CAD-Technik fertigen wir für Sie Stahlbau-Konstruktionszeichnungen und planen die statischen Berechnungen. Wir fertigen für Sie Geländer, Treppen und Podeste und sorgen für professionelles Arbeiten und den größtmöglichen Arbeitsschutz an Ihrem Arbeitsplatz. In unserer Produktionshalle für Aluminiumkonstruktionen fertigen wir für Sie Türen, Fassaden, Vordächer und Fenster. Auch hier sind wir im privaten wie im gewerblichen Gebiet im Einsatz. Bei uns erhalten Sie alles aus einer Hand. Gern stellen wir uns Ihrer ganz besonderen und individuellen Herausforderung. Nehmen Sie hierfür einfach Kontakt zu uns auf und lassen Sie sich überzeugen. Vielen Dank.